Jau, 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 jau! Gritti wieder da! Wir sind wieder im Dorf zurück. Ähm, bubub. Genau, wir sind ins Dorf gereist, nachdem wir uns hier den Säbelzartiger geholt haben. Und gerade da noch all die Fragezeichen und Zeugen haben wir schön alles aufgeräumt. So sieht's aus, jetzt sind wir wieder im Dorf. Und... Ich glaube, wir können hier noch mit... ...Yayma gehen, oder wie sie heisst. So sieht man, dass viele im Dorf sind. Mhm... Genau, ähm... Oder Jagdteil, nee... Wo ist es, da? Gut, den haben wir einfach mal ausgelöst. Dass wir dann... ...im Fall, dass wir Bock haben, die Mission zu machen, können wir sie machen dort. Aber was ich eigentlich vorhabe... Ich wollte eigentlich mal hier... Vielleicht hier... ...die Knochen... ...das Knochen-Zeugs... ...was ist es? Knochen-Staub. Genau das mal holen. Und dann eigentlich wollte ich hier mal... ...die Udam... ...wegzumachen, oder? Dann sind die mal weg. Wie siehe... ...den Urki, den... ...übrigens, den lebt immer noch, das ist... ...sehr schön. Also, so wie es aussieht, nehml. Ähm, und dann... ...ich will sie dann am Schluss eigentlich dort runter... ...drum... ...ich denke ich, ich gehe jetzt mal so da... ...ein. Hä? Ja. Ja. Das ist auch noch... Oh, nein, das ist doch forsch. Gehen wir den Hutzein!!! Reisen wir los! Lets go! Tididididididi... Tididididididididididididididididididito! Yo, safe! Lets go! Hier sind wir! Und das habe ich eigentlich für ein Tier am Startiye... ...Yeah! Natürlich unseren... ...Digger. Jetzt sind wir ein wenig schneller, wobei es ist eigentlich nicht so weit, aber der Reiter ist immer besser, immer schneller. Und ja, wir sind ja schliesslich schon genug rumgeschalbt, dann können wir gleich noch das schnell holen hier. Also holen, aufdecken. Jetzt noch ein Händchen. Ein Händchen. Ja, dann holen wir doch auch noch schnell, oder? Wenn wir gerade schon da sind. Ich habe jetzt natürlich sehr nahe, ich sehe das nicht. Ich habe gerade etwas Mühe, etwas Mühe. Egal, weiter. 51 haben wir schon. Schon. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall knapp über die Hilfe ist. Von allen. Ja, hallo. So. Was ist da? Was ist das? Ah, was ist das? Okay. Aber dann gehen wir jetzt erst mal schauen. Also schauen wir das hier auf. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Nicht passiert, nein, passiert, nicht passiert, nein, passiert. Entdeckt, sehe ich. Was muss ich jetzt eigentlich... Ah, der Knochenstaub, oder? Ja. Knochenstaub. Hat es denn da als Böse unterwegs, oder? Stein-Mutter-Lager! So. Was soll ich jetzt da... Hä? Yeah. Oh, fast wieder runtergegangen. Oh, schau mal die Böse. Ah, der gefällt mich. Scheisse. Unangenehm. Chill. Nein, und schon... Hör, f*** du. Weißt du das? Was kommen mit meinen Filmen da drin? Hallo? Ja, dann halt, dann... Ja, ist eigentlich auch egal. Weil es geht eh schneller so. Oder da stundenlang rumschleichen. Uh. Au. Ja, ich treffe mega gut gerade. Das ist voll. Das Huren gibt es immer, du. Heilen, heilen, sägen. Das ist voll. Gääh. Oder ich komme jetzt hier runter? Hey, hey, das ist wirklich so ein wenig, oder? Aber da komme ich runter. Oh, jetzt. In-Fight. Nö. Ich bin... Oh, dann. En. Oh, sch. Arsch! Oh. Oh, ist das so eine Unbewaffnete gewesen? Oh gemein. Wo ist denn eigentlich der? So. Wow, ich schaue da rauf. Also von nahem kann man nicht einfach einschlagen. Ich wollte Takedown, aber das geht ja nur wenn man unentdeckt ist. Das ist wieder mal eine Wahnsinnsaktion gewesen. Ich weiss es. Hey, ist das schon kaputt oder? Nein. Das ist doch kaputt oder? Ich zeige es mir immer noch an. Also komm Knochenstaub. Dann packen wir ja. Oh, jetzt werde ich wieder angezwingt. Gehst du beiseite? Nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht, nicht. Und wenn das steht eigentlich. Scheiße kann ich. Noch ein Staub. Entkomme. Ja. Ääää. Äääh. Wo gehen wir rein? Wo gehen wir? Wo gehen wir? Wir gehen einfach. Die Besten gehen einfach da. So, tschau. Neder. rr Jetzt aber nicht im Ernst, oder? Nein, du! Was ist jetzt passiert? Ich weiss, es ist dort eine Nachricht gekommen, die ich gedrückt habe. Aber ich habe sie leider nicht gelesen. Und ich denke mir jetzt gerade so... Könnte sein, dass es geheißen hätte, wenn ich jetzt reise, dann... Ich bin am Arsch. Dann ist es fehlgeschlagen, so in diesem Stil. Aber ich wollte einfach nur schnell weg, 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 schnell abschliessen. Und das ist jetzt natürlich gerade etwas da. Wenn ich das jetzt nochmal machen muss, dann freue ich mich aber. Dann freue ich mich aber so richtig. Ja. 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 Ab nach hinten, komm, ab nach hinten. Ja. 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 Auf. Ja. Ja. Wo bist du da oben? Da oben? Egal, hol mir jetzt ein scheiss Staub auf und verschwindet. Hallo? Da, da, da. Wo ist denn der? Ach, ja ihr seht es, es ist wirklich... Ich freue mich mega. Hallo? Oh, da hat es jetzt noch mehr, oder? Also... Es wäre so nicht mehr geil. Also nicht immer noch. Ich habe meine Map angezeichnet. Entschuldigung, es steht da rein. Oh, Knochenstaub. Leg mich am Arsch, du. Oh, nicht zu gehen, ist jetzt gut. Entkommen, entkommen! Ja, das war wohl nicht die beste Idee, dort zu reisen. So. So einfach wäre es gewesen, eigentlich. Idiot. Oh, ja, was ich eigentlich schon lange mal machen wollte. Ach komm, das machen wir jetzt. Ähm, ich habe eigentlich schon lange mal... Ich habe irgendwie, weiss ich nicht, diese Fake-Kreis-Punkte. Das könnte ich mal aufbessern. Und da ist auch noch irgendwas. Ja, die Achsel. Yes. Schaue ich nachher an. Ähm, auf jeden Fall daran siehst du 24 Punkte. Und ich habe nie... Oh, verbesserte Gesundheit. Hau mal es da rein. Frohe Gesundheit. Was machen wir noch? Get and take down. Einfach das. Dann haben wir hier nochmal reduzierte Nahkampfschaden. Primitive Heilung. Und jetzt haben wir nur noch 8 Punkte. Ich glaube... Soll ich jetzt gleich mal das noch mitnehmen? Ja, das wäre eigentlich schon so gewesen. Das könnte... So, jetzt ziehen wir mal die Bombe noch rein. Da. Und wir werden gleich mal noch wunden. Aber wir werden mal die Jungs reich weiter. So, dann haben wir die Teile voll... Also voll aus... ...upgradet. Dann... Wir wollen jetzt nicht mehr weiter darum kommen. Und dann gehen wir... Da. Ah, wir sind ja schon da. Wir gehen da wo... Da je, oder? Oder? Kann ich da runter, oder? Wie muss ich da... Wo muss ich da durch? Geronimo! Boah! Ich werde behaupten, da geht's durch, oder? Oder nicht! Nein! Hallo? Oh! Oder eigentlich ohne... Ja, so dumm! Er ist jetzt gerade ein bisschen, oder? Mein Gott! Ich wollte doch noch mal hier durch! Lass mich durch, lass mich durch! Ich kann doch hier hochklettern! Nicht, oder? Nein, das ist... Ah! Das ist nichts! Wie aussen durch! Und wo vor allem? Jetzt dazwischen eingelaufen? Wie soll ich denn... Hä? Da oben rechts im Weg, ne? Tididididiii! Wo ist es denn? Wie kommen wir da hin? Das ist... Spinnendirn eigentlich! Ich habe so einen Lärm gemacht! So! Nicht da drüben! Ah, da oben! So, 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 so! Ja... So bin ich doch guten Mutes, dass das der Weg ist! Ähm... Ja... Oder nicht! Doch, doch! Doch, doch, doch! Ist denn das jetzt der Plan? Eigentlich... Schön am Weg noch, dass wir ja... Dass wir ja kann es eigentlich... ...machen! Da! Geht es da rein? Ja so! Und dann da überein! Aha! Ja gut, da! Ähm... Wie machen wir das nochmal? Baudampf! Gegengift! Das da, oder? Essen! Udam Heimat! Let's go! Let's go! Ja! Mal einladend! Sehr einladend! Ah, die gehören weggemacht, oder? Die gehören ausradiert! Die Schwertigen! Und dann, der ist ja schon mal... ... Ich kann aber nicht mehr wegwerfen! Ich kann doch nicht mehr wegwerfen! Und dann, die sind ja nicht mehr wegwerfen! Ich kann doch nicht mehr wegwerfen! Hast du ihn weggeputscht? Ja. Ja, da wird dich glaube ich nicht unbedingt runtergehen, oder? Oder? Denk es nicht schnell. Ja, jetzt bin ich gespannt, was uns da erwartet. Endkampf und so, oder? Ich weiss es nicht. Hallo? Wow, schau mal. Hast du noch? Ja, das wollte ich zwar nicht, aber ja. Ja, du bist ein Feiner. Du bist ein Feiner! Ah, suchen habe ich noch. Hä? Ja, das ist ja manchmal wirklich. Ist ja egal. Lassen wir ihn halt legen. Geht weiter. Ja, es ist wirklich leicht bedrohlich. Furchteinflößend da. So wie es geht. Aber es erinnert mich so ein wenig an Kolat. Kolat! So, das vor allem so irgendwie. Ich weiss auch nicht warum. Das ist so der Schnee und so. Oh, schau. Ein Böse, ein Böse. Ich bin jetzt nochmal ein Böse. Oh nein! Oh, jetzt habe ich schon gemeint, ich hätte gearbeitet. Kann mich ja nicht drüber. Oh. Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Freunde, so nicht. Ja, Pfeil anzünden. So, weiter geht's! Oder? Checkpoint, ja. Da sehe ich doch einen, oder? Mehrere. Verhält ihr wieder, oder? Ich weiss, ich könnte auch nicht wegmachen. Ich bin so... ...gern so ein bisschen, weisst du, so... ...Sam Fisher-mässig. Komm her rum, oder du stirbst. Hä? Ich glaube, er hat meinen Tiger gesehen. Hast du Brot? Hast du Angst? Oh, wir machen den... ...Wir machen den tot! Ja, da war's. Ich bin die Tiger gesehen, ich glaube... ...Hang nachflieben. Hier. Oh, wie soll ich denn? Äh, äh. Äh, schau mal, der ist... der Spinn! Ich habe doch jetzt leise gespringt, oder? Oh, ich mag meinen. Werde, was hört ihr mich nicht? Ah, ah, ah! Sehr schön, bis jetzt läuft's gut! Was machst du? Du musst ihn gleich machen gehen, wenn du schon vorne läufst. Rubi, jetzt bist du noch mal einer, oder? Alright. Jetzt kommt er. Ja, ich habe einfach keinen Bock, dass es irgendwie Alarm gibt, und dann alle manchmal ins Rennen kommen. Ich habe wirklich keinen Bock. Wer holst du dir diesen Typen? Oder halt der, ja. What the fuck? Hä? Was war das? Da hat man viel da... ...gesteckt. Hä? Man sieht jetzt das. Siehst du einfach da so einfach wo? Ja. Ah, ich weiss doch auch nicht, du. Warte mal, ich stehe noch einer. Und dort? Nein, das ist ein Baum, oder so. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Und oben ist auch noch was gewesen, oder? Ach, du bist gut, du fahrst mir und fahrst... Aber du bist gut, dann fahrst du mir, dann fahrst du mir... Aber da war doch noch mal irgendwo einer, oder? Ja, ja, ja. Und jetzt hat sie mich gesehen. Toll! Weil der Scheiss wieder aufgenommen hat. Ah, da ist ja der Sauhund. Ich glaube nicht wirklich Alarm oder so. Also voll easy. Ja, ja, easy. Wie auch immer. Ich muss alleine jetzt Schluss machen. Weil die Zeit und so. Ähm, jawohl. Also gut, dann nächstes Mal sehen wir, wie es weitergeht. So einfach ist es. Bis dann, haueriee. Ciao, 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 ciao.